Einen getroffen? Äh, schön. Headshot auf einen, Crack bei, zwei Crack, drei Crack, alle Crack, 55 Flash. Moin zusammen, was geht? Korrekt, dass ihr wieder am Start seid. Heute gibt es für euch die erste Runde Ranked im zweiten Split. Ihr seht schon unten links ist nicht mein Account. Ich bin, glaube ich, zwei Runden vorher Platin gegangen und dann haben wir uns dazu entschieden, nochmal ganz kurz das Ding in Gold nach Hause zu fahren, damit wir alle Platin sind und von da aus früh starten können. Macht die Sache immer ein bisschen entspannter, wenn alle drei die gleichen Punkte verlieren, die gleichen Punkte bekommen und den gleichen Fortschritt machen kann. Deswegen, heute das Gameplay mit dem Lil Dani Account ist aber auf jeden Fall die letzte Runde. Danach geht es wieder weiter mit dem Morris Account. Und ich habe heute das erste Mal tatsächlich richtig die Massive gespielt. Ich versuche mich ein bisschen mit den Schrotflinten anzufreunden, jetzt wo die Car und die Wingman im Crafter sind, PK, Mosambik oder halt Mastiff, öfter in die Hand zu nehmen und damit besser zu werden. Und am Ende war im Care-Paket halt die Mastiff drin. Ich bin dran gekommen und es hat mega Bock gemacht. Das Ding haut ja richtig rein. Absolut geisteskrank, mega nice. Habe ich nie so vor Augen gehabt, nie gespielt. Und ich würde sogar fast sagen, ich freue mich diese Season mehr über eine Mastiff, als über eine Kramer nach den ganzen Nerfs. Schreibt mir dazu auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Feiert ihr die Mastiff oder lasst ihr das Ding doch lieber links liegen? Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn es euch gar nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Dann auch wieder mit dem normalen Morris Account in Platin unterwegs. Euch jetzt viel Spaß damit. Haut rein. Und wenn ihr das Ganze live verfolgen wollt, vergesst nicht. Ich bin heute Abend auf Twitch unterwegs. Kommt gerne vorbei. Chillt ein bisschen mit dem Chat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten einen spannenden Tag. Wir sehen uns. Haut rein und bis denn. Das war schon ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, ob man dem random goldenen Rucksack geben soll. Wenn man einen findet. Das ist mal so eine Frage. Ah doch, ja, ja. Ist eine Leifung. Ja, das macht halt leider echt Sinn. Hey, du hast recht. Lasert den zweiten von rechts. 15? 50, Alter. 100 auf den dahinter. Haben wir ihn getroffen. Zwei sogar. Ich muss das. Ja, ja, ja. Ich sehe nicht mehr. Wo sind die? Nicht ganz sicher. Was habt ihr so schnell sind? Oben. Oben drauf, oben drauf. What's in low? Down, 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 down. Sehr schön, sehr schön. Und dahinter low waren die Dinger. Man zieht. Einfach rein da. Hier unten. Einge... Äh... Raus raus. Linke Ecke, oder? Ja, hier hinten. Einer ist noch close. Einer ist close und einer ist halt hinten. Hier hinter. Ja. Ja. Flasch. Willst du den pushen? Nein, schon. Der andere... Hier rechts, rechts, rechts. 25 blau. Ist einer close bei dir? Ja, correct. Den Seer. Nice. Der hat doch den Shit, den ich brauche. Oben noch. Oh, fuck. Der hat sich mies gelasert. Ich dachte mir, dass ich da einen gesehen habe. Da oben drauf, da oben drauf. Der hat keine Ahnung. Drei, zwei, eins. Crack. Ah, fuck. Jetzt kann ich euch mehr abbrechen, Digga. Ich hasse das. 150. Okay. Ich knall meine Ultra. Die hat eine Stone, eine Stone. Ich glaube, der ist raus. Also... Okay, die Gold geht gar nicht durch. Ich gebe mir eine Bat. Die laufen recht raus. Ich gehe hinten. Ja. Hier unten auf Pink. Sind die oben drauf? Einer fasst Crack. Ab, ein. Nice. Ich habe vier, alles gut. Ich warte mal, ob da eine Mastiff drin ist. Ich schmeiß zwei weg. Da ist eine Mastiff drin. Let's go. Die Feil in der Nähe. Richtung City. Also da hinten geht was ab und hier vorne wird irgendwo geballert. Selbst wenn du Pfeile benutzt, der beschwätzt sich gerade, dass er Pfeile braucht. Was sollen wir denn machen? Sollen wir die jetzt her zaubern, Alter? Ja. Ein Genick ziehen. Sollen zieht, glaube ich, genau auf dieses Haus. Gegenüber, meinst du? Nee, nee. Hier bei uns. Aber ich würde schon... Ja, komm. Macht gar keinen Sinn, zu gucken eigentlich. Wahrscheinlich sogar seine Mates. Und selbst wenn nicht, dann kommt halt ein neues Team rein. Ach, von hinten. Okay, jetzt langsam kommen sie von allen Seiten. Jetzt müssen wir das Ding nach. Oh, die haben Fuse. Das könnte eklig werden für uns. Falt in der Pfeil. Das ist eine Bang. Hier vorne. Die Ölte für uns. Die Ölte für uns. Gute Öl. Klapp. Ja. Gute sein. Oh, what? Vorsicht, Arc. Was? Die Horizon war Pratt, Alter. Aus dem Squad davor, was hier drauf war. Einer hier. Die ist gecrackt. Der Squad von hinten muss jetzt raus, ne? Ja, ja. Egal, du bist so märkig mit deiner Waffe. Der ist unten links. Oh, fuck, von hinten jetzt. Ich geh mal rein. Hier ist ein Gibi. Da kommt ein ganz Team. Die feiten aber auch. In zwei Teams. Ja, ja. Ich habe keine Q mehr dafür. Ist ja wahr. Nice. Die haben einen Knock da hinten. Da ist ein Knock. Hab den Gibi. Hier. Okay, ich komm. Äh, 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 äh. Da hinter die Welke ist cracked. Aber ich glaube, die gehört zu einem zweiten Team. Okay, da oben ist one. Ab ein. Sehr schön. Der Octane ist immer noch Flash. Der Octane ist immer noch laut. Ich bin so bad. Octane ist da. Das zurück, das zurück, das zurück. Hier ist noch was. Ja. Fightest du den? Ja. Der Mate fightet den. 100. Da down. Raus. Hier ist noch mehr. Noch einer down. Oben, oben, oben. Hier, hier, hier. Und ich glaube, oben ist auch noch was. Lass den pushen. Der ist cracked. Ja. Der schon. Ich habe keine Heavy mehr. Null. Keine Heavy hier drin. Das zurück. Das braucht Money. Achso, ja. Stimmt. Aber hier ist ein Kistel ohnehin. Ja, du machst das schon. 50 auf den Path ungefähr. Einer hat eine Craver. Ich weiß nur nicht wer. Eine Bang ist da drin. Bang ist ein Flash. Der hier brennt. Ja, ich muss eben healen. Ja, ich bin durch die Schuld gelaufen. Bro, wie lange bin ich für ihn gestand? War geslöht. Ach, die Sound zieht euch noch rüber. Mani, der ist groß. Hat er gesagt? Geschrieben? Im Ernst jetzt, Alter? Das Cookie bei mir. Achso. Der ist down, 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 down. So, ich schon. Bang, 50. Der stirbt in der Sound. Der muss in der Sound drauf gehen, da. Hab einen Kill. Ich brusche da hoch. Die holten uns. Ja, mir egal. Ich gebe mit einer Mastiff da hoch. Was da? No, no. So ist gar nicht der Blitz. Ab einen. Böse. GG, Digga. Die Mastiff. Die Mastiff. Mastiff. Die Mastiff ist so krank, Digga. Die Mastiff ist besser als die Framer. Das ist so böse gewesen. Die Mastiff ist eher gut. Ich hatte gar nicht mehr prinzipien. Immer noch mal Scotland. GG. Woher z shame er denn, was du streamst? Einfach mal auf gut Glück geguckt oder was? Ich weiß schon mal, ob der repository ist. Untertitelung. BR 2018